Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder, Herr Jess und ihr seht die Brille ist auf, ihr wisst, jetzt kommt wieder eines von dem wichtigen Video. Wie darf es denn mit dem neuesten Quartalsupdate für Diablo 4 sein und wir schauen uns mal genau den Shop an. Es gibt Shop, es gibt den Shop, da müssen wir jetzt hier ein bisschen weit ausholen. Es gibt noch jede Menge andere Informationen über diverse Inhalte, Seasons und 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 da starten wir gleich voll rein. Also Punkt 1, stellt sicher, dass ihr einen Kaffee, Tee oder irgendein anderes Getränk am Start. Punkt 2, dass ihr den Channel gefolgt habt, also dass ihr ein Abo gelassen habt, weil wir haben halt einfach den Diablo-Stuff. Und Punkt 3, wenn ihr die inoffiziellen Preislisten von Diablo 4 noch nicht gesehen haben solltet, dann joint mal ins Discord. Die sind dort im Diablo 4-Bereich verlinkt und werden schon heiß diskutiert, weil ein Diablo für 100 oder 150 Euro und einen Battle Pass finden halt die ein oder anderen auch ein bisschen frech. Wir starten jetzt aber mal ganz, 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 ganz oben. Also, das Quartals-Update, ich hole euch mal kurz ab, es gibt immer wieder im Jahr, deswegen nennen sie es auch Quartals-Update, eine Information, wie weit Diablo 4 ist, woran gearbeitet wird und wie sich Blizzard diverse Sachen einfach mal so vorstellt. Ja, es gab jetzt in letzter Zeit auch ein paar ganz interessante Geschichten. Das Quartals-Update zusammengefasst ist auch unterhalb nochmal verlinkt und was jetzt für uns natürlich wichtig ist, ist, was steht in dem aktuellen drinnen, wie haben sie sich das gedacht, wie sieht das aus? Und das Erste ist, ein Diablo 4 wird Season haben. Für alle von euch, die Diablo 3 kennen, eine neue Season startet jetzt eh gleich wieder, mehrmals im Jahr, also erstmal waren es drei Monate, mittlerweile alle vier, fünf Monate wird eine neue Season aufgespielt, da kann neu gelevelt werden, da gibt es neue Inhalte mit diversen Themen und sonstiges. Das ist auch im Path of Exile so, das ist einfach normal in einem ARPG, das was Diablo ist, ist es normal, dass eben in gewissen Abschnitten neue Sachen kommen, weil die wollen ja Punkt 1 Transmox-Sets verkaufen und Punkt 2 der Level-Part und so weiter gehört in solchen Spielen einfach dazu. Das heißt also Season, Ladder oder Sonstiges finden wir gut, also finde ich gut und findet auch der Großteil der Community gut. Die Frage ist, sie haben mal vier Seasons pro Jahr angepeilt, wird nicht passieren, wenn es drei sind, ist es auch vollkommen okay, dass das wie in Diablo 3 ist, auch teilweise mit sehr intensiven Season-Themen, ist auch voll okay, das Hochleveln und am Ende wird alles übertragen auch. Dann, was ich gesehen habe, neben den diversen Season-Informationen, ist Punkt 1, das Paragon wird in Diablo gecappt. In Diablo 4 ist es nicht möglich, in die Unendlichkeit zu farmen und das ist sehr, sehr gut, weil das sorgt nämlich auch immer wieder dafür, bei diesen Meta-Best-Builds und so, dass diverse Skillungen einfach komplett wegeskalieren. Ja, man muss auch stehen, hier haben sie Überholung des Metas genannt, im Endeffekt geht es halt darum, dass immer wieder mit neuen Patches werden sie die Balance ändern. Ja, die haben eiskalt ins Quartal-Update, da musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Gleichgewicht zwischen Klassenbilds und Kräften. Also, kann es sein, dass mir die Balance in Diablo 3 ein bisschen, dass ich die übersehen habe bei meinen 15.000 Stunden zwischen den einzelnen Klassen, aber bei mir war es immer so, dass meistens ein, zwei Klassen komplett davonziehen und die anderen bleiben irgendwo stehen. Das ist halt nun mal auch ein bisschen in der Natur der Sache, aber, ja, sorry, der Seitenhieb muss doch jetzt sein. Das Gleichgewicht, Schenkelklopfer am Morgen brauchst du. Egal. Ist normal, dass es hier ein bisschen variiert zwischen den Klassen. Es wird Sachen geben, die stärker sind. Natürlich wird es einen Meter geben, weil wenn eine Skillung einen Prozent besser ist als eine andere, dann bist du schon im Meter. Ah, das ist dieses Meter-Best-Bild, das sitzt so in den Köpfen drinnen von den Leuten. Ich bin ja auch mit daran schuld. Ich versuche es jetzt schon in den letzten Jahren ein bisschen rauszunehmen und den Leuten Alternativen zu geben, dass du sagen kannst, okay, pass auf, du kannst Rad mal spielen, aber das andere macht mehr Spaß und ist nur einen Prozent schlechter. Spiel doch das. Also mit dem Meter muss man ein bisschen aufpassen, wird doch in Diablo 4 passieren und das ist für mich vollkommen okay, wenn die Klassenstärke im Season-Rotationen, wie es in Diablo 3 ist, ein bisschen aufgebrochen wird. Mal ist das stärker, mal ist das du. So ist es. Es wird niemals möglich sein, das Spiel perfekt zu balancen, dass alle Klassen gleich stark sind. Das ist in einem Spiel wie Diablo nicht möglich, das ist aber, glaube ich, den einen oder anderen sowieso klar. Das muss man ganz klar sagen. Was mich persönlich sehr stört, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sind Live-Events. Ja, das ist hier mit dieser lebendigen Welt voller Menschen, Geschöpfe und Fraktionen, die eigene Ziele verfolgen. Und das Beispiel für dieses Live-Event ist jetzt zum Beispiel eine Warnung, dass eine Invasion bevorsteht. Und das erinnert mich hier, ich zeige euch mal kurz den Screenshot, das erinnert mich leider sehr, sehr stark an ein MMO, an diverse Sachen, wo man sich einen Kalender stellt oder einen Timer stellt, weil dann passiert ein Event und da muss ich dann aufschlagen. Also vielleicht wird es so ähnlich wie in Immortal, dass du Bereiche hast, wo dann immer wieder was passiert, muss ich dann die Spieler treffen, fighten und sonstiges oder es wird ein bisschen anders umgesetzt, muss ich mir in der Beta ganz genau anschauen. Aber für mein persönliches Empfinden sind Live-Events Sachen, die in einem Diablo nichts zu suchen hat, weil da kommt wieder so ein Timer, Kalenderzwang. Das ist so ein MMO-Aspekt, jeden Tag 18 Uhr eingeloggt, weil da kommt die Invasion und dann gibt es eine Belohnung mit einer Kiste und in dieser Kiste könnte ja vielleicht mein Item drin sein. Das erzeugt dann so einen Spielzwang. Also mal schauen, wenn es auf Stundenbasis ist, ist auch ganz oft in Lost Ark so, jede Stunde mal oder so, dann kann das jeder erwischen, aber wenn es einmal am Tag um 3 Uhr früh stattfindet, dann wird es schwierig. Also eure Meinung zu Live-Events ist gefragt, gerne damit in die Kommentare, findet ihr das gut oder schlecht, ich bin da kein Fan davon, muss ich leider sagen, finde ich ein bisschen schade. Die Season-Reise, wer kennt es nicht aus Diablo 3, Aufgaben mit diversen Belohnungen, einmal mit Starter-Sets und so weiter, beziehungsweise dann später mit kosmetischen Items, finde ich voll okay. Die unterbricht ein bisschen dieses ganze Gefarme mit den Seasons, ist für mich fein, können wir gerne machen, je schwerer, umso besser. Ich sehe mich auch schon in Diablo 4-Setportale machen, weil die machen auch in Diablo 3 den meisten Fun, also da schauen wir mal, wie es wird. Aber eine Season-Reise ist fein, daran sind wir gepasst. Der Season-Pass, ich würde dieses Thema gern überspringen, aber ich werde jetzt mal die Brille abnehmen, weil der Season-Pass und anschließend der Shop von Diablo 4, schwierig. Also, Season-Pass ist so ähnlich wie so ein Battle-Pass, gibt es einmal kostenlos, bietet gratis Premium-Stufen, es gibt aber auch einen, den ihr kaufen könnt, den ihr kaufen könnt und, oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Der Season-Pass bringt kostenlose Season-Boosts, Boosts beschleunigen den Fortschritt von Spielen für die Dauer der Season. Zum Beispiel kann ein Season-Boost den Erhalt von EP beschleunigen, wodurch mehrere Charaktere in der Season schneller gelevelt werden können. Okay, das kostenlose ist unterstrichen, es wird wahrscheinlich so werden wie in Diablo Immortal. Da hast du ja einen Gratis-Season, also so einen Gratis-Battle-Pass und den, den du bezahlst. Und dadurch kriegst du, wenn du die abschließt, kriegst du zusätzlich XP. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass wir gleich ausrasten, das müssen wir uns anschauen. Aber du kriegst halt zusätzliche Aufgaben und zusätzliche Erfahrungen, was dich beim Leveln vorschiebt. Okay, jetzt kommen wir langsam in der Zone, da wird es jetzt ein bisschen kritisch, weil später gibt es natürlich auch den Season-Pass, den man kaufen kann, der angeblich kosmetische Sachen und eben Währung für den Shop bringt. Und in den Shop, da schauen wir gleich hin, da kannst du dann momentan, kannst du dir keine Power kaufen. Also das Statement ist, Diablo 4 ist ein Vollpreisspiel. Wie gesagt, die Preise haben wir schon gesehen. Oder die, die Blizzard gerne hätte. Und es wird nicht möglich sein, sich Power zu kaufen. Also momentan ist der Stand, Diablo 4 ist überhaupt kein Pay-to-Win. Okay, ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja, ob das, wie das dann kommt im Finalen, sei mal dahin mit diesen Season-Pass. Ich weiß nicht, warum unbedingt ein Season-Pass in Diablo rein muss. Ich glaube, das wird ein bisschen was mit dem zu tun haben, damit die Leute an der Stange sind, damit das auch Geld generiert. Aber wenn du sowieso schon das Spiel kaufst, die DLCs und die Erweiterungen kaufst und dann noch den Season-Pass kaufst, also das ist, und dann natürlich im Shop jederzeit alles Mögliche kaufen kannst, also da wird es dann ein bisschen schwierig. Ich meine, das Spiel zu kaufen und einmal im Jahr ein DLC, okay, da würden sie zweimal Geld verdienen. Aber wenn du jetzt zu jeder Season so einen Season-Pass dazukaufen kannst, für ein paar Euro oder wie auch immer und dann Cosmetics oder so, ich weiß nicht, also ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass sie das mit dem Kaufen übertreiben, so wie in Diablo Immortal. Also das wird etwas werden, wofür ich mir wahrscheinlich extra ein, zwei Streams Zeit nehme, um das in der Beta oder sobald es möglich ist, mir das mal ganz genau anzuschauen, um hier mal einen Weg zu finden. Und jetzt sind wir beim Shop. Ja, also mit dem Shop, da geht es momentan angeblich nur um kosmetische Items, Set-Gegenstände, Mounts und so weiter, das, was man halt so in einem Shop kaufen kann. Es wird sich wohl hoffentlich sehr stark an Path of Exile orientieren, die meisten von euch kennen das. Da kann man auch, die haben es ja auch geschafft, ein Spiel zu machen, wo man mehr oder weniger ohne Pay-to-Win durchkommt. Und ich finde es ganz witzig, dass hier überall 666 Platin steht. Ja, wir werden es genau sehen. Hier steht schon, in Premium, Währung und so weiter sind da diverse Sachen erhältlich. Das Ganze sieht natürlich optisch wunderbar aus. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin auch ein Shop-Opfer. Das heißt also, wenn hier irgendwas mega gut aussieht und ich der Meinung bin, jo, meine Klasse oder mein Neko wird damit mega gut aussehen, dann bin ich auch gerne bereit, das zu kaufen, auch wenn es 10 oder 20 Euro kostet. Ist einfach so, aber nicht um das Spiel zu unterstützen, sondern weil ich es einfach cool finde, wenn die Klasse gut leuchtet. Also ich bin da jetzt nicht der ideale Kandidat, aber wir werden es sehen. Der Shop ist optional, auch das werden wir sehen. Der Shop ist transparent, auch das werden wir sehen. Also, Sie haben zwar sehr, sehr viel über den Shop geschrieben, auch hier mit diversen Ausschnitten und so weiter, dass das alles gut aussieht mit der Diablo 4 Grafik, ist gar keine Frage. Aber das allererste, was wir hören, ist Shop. Und das nächste, was wir hören oder das nächste, was auch am häufigsten gefragt wird, ist dann Petowin, was kann ich kaufen, wie kann ich es kaufen. Und das wird auf jeden Fall eine Gratwanderung. Also, was ist eure Meinung zum Diablo 4 Shop? Glaubt ihr, Blizzard wird es übertreiben? Oder glaubt ihr, die haben den Schuss von Diablo Immortal gehört und sie werden es nicht übertreiben? Man darf gespannt sein. So, meine Damen und Herren, ich habe schon fast 13 Minuten eurer Zeit gestohlen. Es ist ein sehr spannendes Update, unterhalb verlinkt. Schaut mal kurz rein, da ist sicher für den einen oder anderen was dabei. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.